ARD Text im Auftrag von Funk 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 Servus Alp, schon alles aufgebracht, ich habe einen neuen Crack, braucht ihr das? Super Preise, alles muss raus! Das war die Leute auf den LSD, ja? Klar, 2,50er Stück. Ich mache mir nen guten Preis. Na gut, 2.20, weil du's bist. Braucht der scheiß Willi wieder einen schwarzen Afghanen? Ja, zwei Dekker und eine reine Pippen braucht er auch. Aha, schon wieder eine Teile kaputt, oder was? Geht's da besser, um Warma. Hat es wieder der Kate beim Wutausbruch über den Schädel gezogen? Ist wieder mal typisch, Willi. Was ist mit dem Brian? Braucht er was? Mein bester Kunde, der Brian. Du brauchst gar nicht so Zähneknirschen, du unrasierter Penner, Christiane. Du brauchst nicht zwei Kilo wie immer, du Scheiße. Mama, da aufstehend ne Scheiße. Ja, da kann ich dir da nicht helfen, weil... What the fuck? Ich muss gleich bleiben, aber du hast die Rettung, bitte. Go, go schnlin. Und du Penner, mach'n Pornhaus, wenn er gleich in der Fuhr sitzt. So, Joni, hast noch ein Spritzbesteck für mich. Hm, 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 hm. Willi, warst schon wieder in einem Puff? Äh, ja denkst du, wie ein Puder ich will? Der Ersten! Papa, ich will Sex übers Telefon! Alter, du bist hässlich! A, B, C, D, I... Exma. Expa. Geh' los, ich schmecken, Willi. Geh' dich duschen, am besten mit dem Penner da. Und du, Junge! Willi, komm'n! Willi, bitte dich ausschneiden, wenn ich ein Zeug für uns bin, oder? Ich mein, aber ich bock dir nicht. Dann is' okay. Papa, ist der Alltag fertig, oder? Ich brauch' mein Dope, versteh' das doch? Ihr habt zwar ja scheiß Dope. Aber ich? Ich muss mir den Verstand rausficken lassen, verstehst du? Ich brauch' das scheiße Befunder, wenn ich meine Feier erreich. Hm, wo is' mein Dope? Hm. Hm. Ganz nett, der Bride ist noch zu jung zu verchecken. Hm? Aber halt nicht, so, Johnny. Also, hast du jetzt die ganze Bestellung da, weißt du noch? Hm? Hm? Ah, ich glaub' die Kate will auch noch was haben, oder? Ja, weil's schnell ist. Aber zu altes Duschmarazer. Haben wir's verstanden, Willi? Hm? Sag' ihm das mal, du Idiot, weil's halt schon nicht so hohn' Kind. Ich hab' mein Speed für die Kate. Ähm. Und hast du noch ein bisschen was Diefes für mich? Und ein paar Trüffel? Ähm. Halt's doch mit dem Schalf-Absturz. Da war's, ich hab' denen auch. Klar! Joa, dann nehm' ich gleich zwei. Eif, ist is' ich jetzt genug? Ja, da hab' ich nicht gehoff'n, wie das ich aufwär. Also, wann is'n das gleich da? Ja, ich versteh' von der Haustür, oder? Warte, ich schreib' mir das einmal auf, wieviel das insgesamt ausmacht. Okay. Wir haben dann drei Mille. Na gut, drei Mille. Okay, Pause. Tschau. Also, Alf. Nächstes Mal, wenn du anrufst, musst du den Preis niedrig halten. Ich verdiene nicht viel, Kate verdient nicht viel, sie ist eine Hure, Lynn ist eine Hure. Und der Börn ist ein scheiß Huren Kind, Alter. Das brauchst du dich vielleicht zu mir zu sagen. Aber sag' ihm das mal ins Gesicht. Boah, dann glaubst du, ich scheiß mich an. Schau her, Alter. Börn, du scheiß Huren Kind und schieß alles, Alter. Jetzt wick die ins Knie, Alter. Okay. Äh? Äh? Alf, du bist mein Idol. Willi, geh' mir aus die Augen, du scheiß schwule Dreck säuerst. Erst, wann kommt denn die Lieferung? Äh, erst lässt du dich beschimpfen. Jetzt fragst du nach der Lieferung. F Εit anywhere. Es antworten. Ühuh. Äh. Äh, äh. Vielen Dank.